Warm Up Wir genießen eine Fußmassage. Wir atmen ein und denken uns lang. Und mit dem Ausatmen aktivieren wir unser Kraftzentrum. Wir heben unser linkes Bein vom Boden ab. Nun beginnen wir langsam mit dem Fuß zu kreisen. Der Unterschenkel bleibt stabil. Wir versuchen aus dem Sprunggelenk heraus zu kreisen. Wir fächern die Zehen. Das Becken bleibt neutral. Wir kreisen danach in die andere Richtung. Eins. Zwei. Wir atmen weiter. Unsere Schultern sind entspannt. Aus dem Sprunggelenk heraus kreisen. Wir kommen in die Mitte zurück. Und stellen unser Bein am Boden ab. Entspannen unser Kraftzentrum. Andere Seite. Einatmen lang und denken. Mit dem Ausatmen das rechterbein abheben. Wir beginnen zu kreisen. Das Kraftzentrum ist schon aktiviert. Aus dem Sprunggelenk heraus. Aus dem Sprunggelenk heraus. Der Unterschenkel ist stabil. Wir fächern die Zehen. Andere Richtung. Eins. Zwei. Schultern sind locker und entspannt. Kraftzentrum ist gut aktiviert. Wir atmen weiter. Ein letztes Mal. Wir kommen in die Mitte zurück. Und stellen unser Bein wieder ab. Wir entspannen unser Kraftzentrum. Einatmen, lang denken und weiter atmen. Einfach diese Position einmal genießen. Unser Becken liegt neutral. Wir spüren unseren unteren Rücken nicht am Boden aufgedrückt. Wir spüren die Schulterblätter und die Arme satt am Boden. Wir spüren unseren Nacken locker. Und wir haben unsere Fußsohlen gut verankert. Für Schulterfrei denken wir uns lang und atmen ein. Mit dem Ausatmen aktivieren wir unser Kraftzentrum. Und wir heben beide Arme zur Decke hinauf. Die Fingerspitzen schauen zur Decke. Die Handflächen drehen zueinander. Beim nächsten Einatmen heben wir den rechten Arm zur Decke hinauf. Und mit dem Ausatmen lassen wir ihn fallen. Und links das Schulterblatt hochheben und fallen lassen. Und rechts hinauf und fallen lassen. Einatmen, abheben, Ausatmen, fallen lassen. Links abheben, fallen lassen. Und rechts abheben, fallen lassen. Links abheben, fallen lassen. Die Handflächen drehen zu den Füßen. Und wir legen unsere Arme neben dem Oberkörper am Boden ab. Wir genießen die entspannte Lockheit im Schultergürtel. Und entspannen unser Kraftzentrum. Alles abheben. Alles abheben, mich zum